Ihr kennt vielleicht diesen Song hier. Disco, schrille Kostüme und ein für die 1970er Jahre anstößiger, weil unanständiger Text. Dieser Song feiert den Mongolenherrscher Genghis Khan. Klar, das Lied macht Spaß, zumindest tanzen heute noch viele Leute dazu, fast so wild wie in diesem Ausschnitt. Und der Text stimmt historisch gesehen, naja, zumindest an einigen Stellen. Sie trugen Angst und Schrecken in jedes Land. Und seiner, also Genghis Macht, konnte keiner widerstehen. Überall zittert man beim Gedanken an den Mongolenfürsten, der eigentlich Temüjin heißt. Die Geschichte von Genghis Khan ist wahnsinnig spannend und faszinierend. Ein Mann, der ein riesiges Reich erobert, der fürchterliches erdulden muss und am Ende doch von ganz, ganz unten nach ganz, ganz oben aufsteigt. Genug 70er Jahre Nostalgie. Alles, was ihr zu Genghis Khan wissen müsst, das jetzt. Zu seinen Hochzeiten kontrolliert Genghis Khan ein Reich etwa zweieinhalb Mal so groß wie das Römische Reich. Dabei beginnt seine Geschichte recht unspektakulär. In den Steppen zwischen China, Russland und Kasachstan. Dort leben im 12. Jahrhundert die Mongolen. Kein einheitliches Volk, sondern es gibt verschiedene Völker. Volksstämme und Stammesverbände. Da gibt es Kirgisen, Tartaren, Merkiten und so weiter und so fort. Diese Menschen leben in Stammes- und Familienverbänden, den Clans. Das Clan-Oberhaupt ist der unumschränkte Befehlshaber. Ihm schwören die Krieger Gehorsam. Um diesen Gehorsam auch einfordern zu können, muss der Anführer allerdings seine Versprechen erfüllen. Er bietet den Angehörigen des Clans Sicherheit und vor allem die Möglichkeit, Beute zu machen. Ein solches Clan-Oberhaupt ist Jesu Gai, der Vater von Temüjin, den wir heute als Genghis Khan kennen. Temüjin wird mit ungefähr zehn Jahren verlobt. Solche Heiraten dienen auch dazu, Bündnisse zu schmieden oder zu stärken. Wie es die Sitte will, lebt er bei der Familie seiner Braut, um dort zum Krieger und Anführer ausgebildet zu werden. Läuft soweit. Aber Feinde der Familie vergiften seinen Vater Jesu Gai. Das Clan-Oberhaupt ist tot. Der Clan zerfällt sehr, sehr schnell. Viele Familien schließen sich anderen Clan-Chefs an. Der junge Temüjin ist jetzt das neue Oberhaupt einer kleinen und schutzlosen Familie. Er lebt als Verfolgter, ist ständig vom Tod bedroht. Temüjin ist zwar ziemlich heruntergekommen, aber weil er aus einer traditionsreichen Familie stammt, hat er noch immer mächtige Feinde. Die gefährlichsten? Der Stamm der Taiyut. Die Taiyut liegen schon seit vielen Jahren mit Temüjins Familie im Clinch. Obwohl er noch sehr, sehr jung ist, nimmt Temüjin seine Rolle als Familienoberhaupt sehr ernst. Er ist Herr über Leben und Tod. Laut der Überlieferung ermordet er auch seinen Halbbruder, der sich nicht beugen will, indem er ihn mit Pfeilen erschießt. Ob diese Geschichte wirklich wahr ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber in seinem ganzen Leben beweist Temüjin immer wieder, dass er sehr konsequent und sehr grausam sein kann. Insofern könnte es schon stimmen, dass er einen Konkurrenten knallhart beseitigt, auch wenn es sich um den eigenen Bruder handelt. Aber Temüjin wird von den Taiyut gefangen. Er muss viele Demütigungen erleiden, während er als Sklave schuften muss. Das belegen verschiedene Quellen. Wie er es schafft, aus dieser Lage zu entkommen, das wissen wir nicht genau. Es gibt natürlich Geschichten darüber, aber die sind keine Tatsachenberichte, sondern eher Heldensagen. Wieder auf freiem Fuß gelingt es ihm, seine Familie und alte Stammesmitglieder wieder zusammenzutrommeln und zu stärken. Jetzt ist Zeit, Politik zu machen. Denn Temüjin braucht einen starken Herrn, der ihm Schutz bietet. Also knüpft er an einer alten Freundschaft seines Vaters an. Das Stammesoberhaupt nimmt ihn und seine Familie in einen großen Clan auf. Der junge Mann ist einer der Krieger des Clans und wird wegen seiner Fähigkeiten bald zu einem der Befehlshaber. Er steigt innerhalb der Hierarchie auf. Aber außer Gefahr ist er nicht. Ein verfeindeter Clan überfällt die Familie. Temüjin muss fliehen und er lässt seine Frau zurück. Die wird gefangen genommen und der Clanführer, der sie erobert hat, nimmt sie zu sich. Temüjin will Rache nehmen und mit dieser Rache gleichzeitig die Grundlage für seinen Aufstieg schaffen. Denn es ist eine Möglichkeit, sich zu beweisen. Mit Unterstützung seines Clan-Chefs stellt er ein Heer zusammen und überfällt seine Feinde. Temüjin ist siegreich und er rottet den Clan der Feinde gnadenlos aus. Das macht Eindruck und verschafft ihm Autorität. Seine Anhänger behandelt Temüjin außerdem gut. Sie kommen nicht nur auf ihre Kosten, sondern er begegnet ihnen, heute würde man sagen, auf Augenhöhe. Er nimmt auch Entwurzelte auf, kennt keine Standesdünke. Das Einzige, was er fordert, ist bedingungslosen Gehorsam. Und Temüjin versteht sich auf Propaganda. Geschichten über seine Geburt werden verbreitet, die ihn mit dem obersten Himmelsgott in Verbindung bringen. Er ist sozusagen im Auftrag des Himmels unterwegs. Und so sammelt er eine immer größere Gefolgschaft. So wird er auch zur Bedrohung für seinen Verbündeten, der ihn einst aufgenommen hat. Sie werden zu Feinden. Temüjin setzt sich nach einigen Schlachten schließlich durch. Er lässt sein altes Oberhaupt gefangen nehmen und hinrichten. Ungefähr mit 30 Jahren, also um das Jahr 1206 herum, wird er von seinen Leuten zum Khan, zu einem Oberbefehlshaber eines größeren Stammesverbandes erhoben. Sein Name als Herrscher, Genghis Khan, der ozeangleiche Anführer. Aber trotz seiner wachsenden Gefolgschaft ist Temüjin immer noch nicht am Ziel. Er verliert auch Schlachten und muss vor Feinden flüchten. Die Tataren, die seinen Vater ermordet haben, sind sehr mächtig. Temüjin kann seine blutige Rache vollenden und die Tataren am Ende unterwerfen. Damit schaltet er die letzten mongolischen Konkurrenten aus und bindet deren Verbündete an sich. So kann ihn eine Versammlung der Fürsten, Klaas und Stammeschefs zum alleinigen Herrscher aller Mongolen wählen. Er ist damit am Ziel. Niemand ist mächtiger als er. Jetzt festigt er seine Herrschaft, indem er Strukturen ausbildet, mit denen sein Reich effizient verwaltet werden kann. Und mit denen es dauerhaft, also auch nach seinem Tod, bestehen kann. Und er beginnt, die Welt zu erobern. Schauen wir uns zunächst an, wie er sein Reich organisiert. Es besteht ja keine Verwaltung. Es gibt keine Strukturen, Disziplinen im Sinne eines systematischen Gehorchens, kennt die mongolische Gesellschaft praktisch nur von ihren Kriegszügen. Denn die Heere, die sind sehr gut organisiert und die Krieger, die kämpfen diszipliniert. Also setzt Genghis Khan genau dort an, beim Heer. Er teilt die Truppen ein in Zehner, Hunderter, Tausender und Zehntausender. Die Führung der Einheiten übernehmen immer weniger Stammes- oder Familienchefs, sondern Berufssoldaten. Profis, die Genghis Khan verpflichtet sind. Weil ja die Krieger mit ihren Familien unterwegs sind, wirkt die Struktur des Heeres auch auf die Struktur des Volkes. Wir reden von vielleicht 400.000 Menschen, deren Leben sich nun ändert. Zogen sie bisher frei und unabhängig herum, weist jetzt Genghis Khan den Vasallen, das Weideland zu. Er dirigiert sozusagen die Stämme in der Steppe. Damit in dem größer werdenden Reich seine Befehle auch immer schnell ankommen, lässt der Herrscher Reiterstaffeln aufbauen, damit Botschaften schnell übermittelt werden können. Ein gut funktionierendes Postsystem. Und er, der selbst weder lesen noch schreiben kann, führt die uigurische Schrift ein. Verwaltung ohne Schrift funktioniert eben nicht. Aufgeschrieben werden jetzt auch die Gesetze und Regeln, die Genghis Khan erlässt. Vor allem will er den ständigen Kampf aller gegen alle beenden. Deshalb bestraft jetzt der Staat bestimmte Verbrechen und nimmt so den Clans die Blutrache aus der Hand. Das heißt, über das Militärische regelt Genghis Khan das gesamte Leben von bis zu einer Million Menschen, die zu den Mongolen zählen und vielen mehr, die von ihnen besiegt wurden. Er führt weiter unbarmherzige Plünderungszüge und zunehmend auch Eroberungskriege gegen die Nachbarvölker und Nachbarstaaten. Sein Heer wächst auf mindestens 100.000 mongolische Reiter an. Unter seinen Nachfolgern stehen mit Hilfstruppen und Sklaven, die zum Kampf eingesetzt werden, bis zu einer Million Kämpfer insgesamt zur Verfügung. Unvorstellbar viele. Die klassischen mongolischen Reiter sind mit Bögen und entsprechend vielen, etwa 60 Zentimeter langen Pfeilen bewaffnet. Koordiniert lassen sie Pfeile auf die Gegner herabregnen. Pferde und Krieger werden durch Lederrüstungen geschützt, aber es gibt auch gepanzerte Lanzenreiter und Fußsoldaten. Später setzen die Mongolen auch Belagerungswaffen ein, die sie unter anderem von den Chinesen übernehmen. Für die Taktik ist Schnelligkeit ganz entscheidend. Damit immer wieder rasante Angriffe geritten werden können, haben die Reiter mindestens ein weiteres Pferd zum Wechsel dabei. War ein Gegner von den Angriffen zermürbt, dann erledigten die Panzerreiter den Rest. So besiegen die Mongolen auch zahlenmäßig überlegene Feinde. Noch dazu verstehen sich Genghis Khan und seine Generäle auf Täuschungsmanöver und Tricks. Um Feinde zu täuschen, die sie ausspähen, werden zum Beispiel Puppen in der Steppe verteilt, die ein viel größeres Heer vorgaukeln. Berühmt geworden ist die List, einen Angriff scheinbar kopflos abzubrechen und zu fliehen. Wenn dann die Feinde in der Erwartung des Sieges nachsetzen, werden sie in der Flanke angegriffen und zerstreut. Die Feinde werden dann immer möglichst erbarmungslos aufgerieben und vernichtet. Dass Genghis Khan so viel erobern will, das liegt in der Natur seiner Herrschaft. Als Clan-Chef aller Mongolen muss er für Beute sorgen. Genau deshalb haben sich ihm alle angeschlossen und deshalb muss er auch liefern. Insofern verfolgt er keinen Weltherrschaftsplan, sondern er macht nur das, was sein Job ist. Wenn man so will. Ein Ziel ist besonders verlockend dabei. China. Das Reich oder die Reiche, die im heutigen China liegen. Aber die befestigten Städte Chinas sind Hindernisse, die Genghis Khans Krieger nicht immer überwinden können. Von Ingenieuren aus China und Persien lernen die Mongolen schließlich, wie man solche Festungen belagert und erobert. Auch Peking fällt im Jahr 1215 und Nordchina gelangt unter mongolische Herrschaft. Die Beute ist riesig. Nicht nur was das Materielle angeht. Genghis Khan gibt Feinden, die besondere Fähigkeiten im Kriegsdienst oder der Verwaltung mitbringen, Gelegenheit, bei den Mongolen aufzusteigen. So eignet sich die neue Supermacht Know-How an. Technologietransfer heißt das wissenschaftlich. Mit China verbunden ist auch die Seidenstraße. Als die Steppenvölker noch die Händler auf den Strecken überfielen, kam dieses Verbindungsnetzwerk sehr herunter. Aber mit dem jetzt entstehenden Reich wird es wieder zu einer wichtigen Handelsader. Ab dem Jahr 1219 erobert die mongolische Armee das Gebiet bis zum Aralsee und Samarkand. Bis zum Indus breiten sich die Mongolen aus. Als Demi Jin 1227 stirbt, hinterlässt er ein Reich, das doppelt so groß ist wie das heutige China. Unter seinen Söhnen dehnt sich das mongolische Imperium noch weiter aus. Bis nach Europa kommen die Heere und verbreiten auch hier Angst und Schrecken. In Europa spricht man oft von den Tataren. Die komplizierten Verbindungen der Völker sind den Menschen damals nicht so wirklich klar. Es gibt viele verschiedene Geschichten, wie Genghis Khan zu Tode gekommen sein soll. Es könnte durchaus sein, dass er im Kampf verletzt wurde oder einem Reitunfall zum Opfer fiel. Andere meinen, er wurde durch Intriganten ermordet oder durch eine ihm nahestehende Person. Oder er bekam schlicht und ergreifend die Pest. Immerhin steht ziemlich fest, dass er im Jahr 1227 gestorben ist. Wann er geboren wurde, ob 1155, 1162 oder 1167, das ist ungeklärt. Genghis Khan ist also 60 oder 70 Jahre alt geworden. Sein Grab ist bis heute nicht gefunden. Aber unabhängig davon erlebt Genghis Khan seit ungefähr 30 Jahren, seit die moderne Mongolei nicht mehr unter dem Einfluss der zerfallenen Sowjetunion steht, eine Renaissance, eine Wiedergeburt. Er gilt als Vater des mongolischen Staates. Im Westen ist er, wie gesagt, immer noch allzu oft nur als Schreckgespenst bekannt. Aber wir haben jetzt ja auch andere Facetten beleuchtet. Was meint ihr denn? Ist Genghis Khan auch nur ein grausamer Eroberer gewesen wie viele andere? Oder hat er etwas Besonderes geleistet? Ein großes Reich aufgebaut? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr eine Doku zu Geschichte Chinas und direkt darunter ein Video von uns. Das dreht sich um die legendären Samurai in Japan. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.